Willkommen bei Ikuma Games. Heute zeige ich euch Valheim VR bzw. die Mod, die euch VR bei Valheim ermöglicht. Die Mod ist noch nicht so lange draußen, aber sie ermöglicht schon eine super VR-Implementierung. Kann man echt nicht meckern. Ich zeige euch heute, wie das geht, was ihr dafür machen müsst und wie einfach dieses Tutorial eigentlich ist. Bleibt dran. Um Valheim zu installieren, braucht ihr erstmal die Dateien, die ich euch unten verlinkt habe. Solltet ihr selber, warum auch immer, auf die Suche gehen wollen, wo ihr die Sachen runterladet, geht auf www.nexusmods.com-valheim-mods-847. Da findet ihr die Valheim Mod, die ihr hier sehen könnt. Und ihr könnt die Dateien, die ihr hier sehen könnt. Und hier stehen auch alle Changes und so weiter. Warum ich das jetzt gerade euch zeigen möchte, ist, dass es Version 0.2.0 gibt, die Look-Based-Locomotion einfügt, mit der ihr quasi, wenn ihr irgendwo hinguckt und euch dreht, dreht sich der Charakter mit. Vorher war das noch nicht so, da musstet ihr mit Maus und Tastatur bzw. mit Gamepad in eine Richtung euch bewegen. Und dann habt ihr euch aber weiterhin in die gleiche Richtung geschaut. Also wenn ihr euch nach vorne bewegt, aber ihr habt so geguckt, dann bewegt ihr euch nach da, aber ihr guckt nach hier. Und müsst dann immer selber justieren mit dem Joystick. Kann sehr umständlich sein, manche spielen bestimmt gerne so. Für mich war das nichts, aber jetzt ist das super. Jetzt ist es auch, wenn ihr euch mit dem Joystick euch bewegt, dann bleibt ihr mit dem Fokus in der Mitte. Aber wenn ihr den Kopf auch frei bewegt, dann bleibt der Mauszeiger sozusagen auch auf der Mitte. Das war für mich persönlich sehr wichtig, bevor ich diese Mod anfange zu spielen. So, kommen wir zur Installation. Um das Ganze zu installieren, geht ihr am besten, wie gesagt, auf diese Nexus-Mod-Seite. Ich würde euch aber empfehlen, ganz runter zu scrollen oder auf den Link zu klicken, den ich euch da unten eingefügt habe. Dort findet ihr den Source-Code und den GitHub-Link. Da klickt ihr einmal drauf und da habt ihr rechts, Latest Releases quasi. Und da könnt ihr auch sicher gehen, dass ihr gerade die neueste Version von Valheim habt. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell der das auch auf Nexus-Mods einfügt, aber hier bei GitHub werdet ihr wahrscheinlich sofort die neueste Version finden. Da klickt ihr einmal drauf, scrollt runter und ladet euch die ZIP-Datei hier einmal runter. So, als nächstes braucht ihr den Webin-X-Pack. Er ist auch unten verlinkt. Da sieht die Seite so aus. Den müsst ihr hier manuell runterladen und abspeichern. Wenn ihr diese beiden Dateien habt, mehr braucht ihr übrigens nicht, total easy, müsst ihr noch ein paar Sachen vorher erledigen, bevor ihr das Ganze installiert. Ihr geht bei Steam auf Valheim, sucht das Ganze und dann müsst ihr auf Eigenschaften gehen und hier den VR-Kino-Modus deaktivieren. Also das Häkchen muss weg sein. Das ist ganz wichtig. Als nächstes müsst ihr rausfinden, wo ihr das Spiel installiert habt. Da geht ihr einfach auf Verwalten bei Steam und dann auf Lokale Dateien durchsuchen und dann wird euch der Ordner angezeigt, wo Valheim installiert ist. Ich habe die Mods schon drauf, das sollte ein bisschen weniger sein, aber das ändert nichts. Wenn ihr das Ganze runtergeladen habt, habt ihr das natürlich sicherlich in einem Ordner. Bei mir ist es der Valheim-Mods-Ordner. Da müsst ihr die beiden ZIP-Dateien entpacken in die jeweiligen Ordner. Es wird empfohlen, das Ganze erst separat zu entpacken und dann ins Spiel einzufügen und nicht gleich direkt ins Spiel hinzuzufügen. Das Ganze entpackt hier. Da habt ihr hier zwei so schöne Ordner. Die ZIPs können wieder weg. Und als allererstes fügt ihr den Webin-Packs, Webin-Expack-Ordner, den öffnet ihr und dann geht ihr auf Webin-Expack-Valheim, das öffnet ihr auch. Und diesen Inhalt hier, den kopiert ihr einfach in euer Spiel und lässt das Ganze überschreiben, sofern notwendig. Und als nächstes geht ihr wieder zurück in euren Mod-Ordner und installiert die Mod. Da klickt ihr einmal auch drauf und diesen Inhalt hier müsst ihr auch einfach überschreiben. So, und das war es auch schon. So, damit das Ganze gut funktioniert, müsst ihr ein paar Einstellungen deaktivieren. Dazu gehört Bloom, Anti-Aliasing, Motion Blur, Depth of Field und SSAO. Das könnte auf Deutsch ein bisschen anders heißen. Müsst ihr gucken. Die Sachen müsst ihr alle deaktivieren, weil das für VR unpraktisch ist. Und das wäre es dann auch schon. Dann könnt ihr das Ganze auch schon starten. Dann geht ihr einfach auf Steam, sorgt dafür, dass SteamVR schon aktiv ist hier. Das Ganze spielt ihr am besten mit dem Gamepad. Es wird an einem Motion Controller Update gearbeitet. Bin ich super gespannt drauf, aber am besten spielt ihr das noch mit dem Controller oder mit Maus und Tastatur. Ich würde Controller empfehlen. So, ihr drückt dann Ganze aufs Spiel und dann sehen wir uns in Game. Okay, kleinen Schritt zurück. Nicht schlimm. Ihr hättet das Spiel sowieso vorher starten müssen. Wenn ihr das Spiel gestartet habt, also ihr müsst das Spiel vorher starten, sorgt dafür, dass die Einstellungen alle korrekt sind, beendet das Spiel wieder. Und dann müsst ihr nochmal eine kleine Sache ändern, um diesen Look Based Locomotion zu aktivieren. Der ist nämlich noch nicht aktiviert, zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ich habe natürlich schon hier und da gemoddet. Vielleicht ist es schon standardmäßig. Überprüfen wir das Ganze einfach mal. Wir gehen wieder in den Ordner. Da gehen wir auf Webin-Ex und auf Config und öffnen mit einem Notepad oder einem anderen Config-Bearbeitungsprogramm diese Datei hier. Die öffnen wir und suchen. Das ist, glaube ich, schon direkt ganz oben. Setting this to true ties the direction you are looking to the walk direction. Genau, das ist richtig. Das ist auf false. Das sollte auf true. Dann habt ihr diese Look Based Locomotion. Das Ganze speichern wir und dann können wir das Spiel erneut starten. Jetzt sind wir uns in-game. So, wir sind in-game. So sieht dann das Hauptmenü aus. Wenn euch das ein bisschen stört von der Anordnung, könnt ihr das hier re-centern einfach im Steam-Menü. Ich benutze, wie gesagt, einen Controller. Ihr könnt es auch mit Maus und Tastatur spielen. Motion Controls kommen wahrscheinlich nach. So, da einfach Kopf gerade halten. So, das würdet ihr hier machen, damit es nachher auch gerade, also der Blick gerade ist. Ist, wie gesagt, eine Mod. Man kann da nicht alles auf Perfektion erwarten. Wenn euch das jetzt ruckelig auffällt, also hier in-game, sieht das super aus. Auch wenn ich hier wenig Frames habe. Ich weiß nicht, ob das hier stellvertretend ist. Es sieht flüssig aus, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, woran das liegt. Okay, wir starten einfach das Spiel. Und dann zeige ich euch, wie das innen drin aussieht. Und wie das Ganze funktioniert. Wie ihr seht, benutze ich eine Reverb G2 mit einer sehr hohen Auflösung. Und das Spiel sieht wirklich super aus da drin. Und es läuft auch besser, als ich erwartet habe. So, jetzt seht ihr noch euren Charakter. Und schwupps bin ich drinne. So, und ich kann mich nach vorne und zurück bewegen. Und wie ihr seht, ich benutze den rechten Stick nicht. Gehe geradeaus. Und mein Charakter läuft dahin, wo ich den Kopf bewege. Und wenn ich mit dem rechten Stick mich drehe, dann bleibt mein Blick vorne. Und wenn ich geradeaus gehe, gehe ich dahin, wo ich hinlaufe. Es gibt noch kein Snap-Turn. Müsst ihr gucken, ob euer Magen das aushält. Es funktioniert für mich ganz gut. Also ich bin nicht komplett frei von Motion Sickness. Aber für mich funktioniert das super. So, ihr habt hier ein UI. Das ist sehr weit auseinander. Könnte an der Auflösung vom Headset liegen. Das kann man aber alles in den Einstellungen ändern. Müsst ihr mal gucken in der Anleitung. Und hier ist es jetzt so, mit der neuen Look-Based Locomotion, dass wenn ihr rennt, bleibt das hier bestehen. Also wenn ihr euch bewegt oder stehen bleibt, könnt ihr die Sachen hier anschauen. Aber wenn ihr euch natürlich wegbewegt, kommt das so schrittweise hinterher. Und dann könnt ihr die Sachen anschauen. Die Steuerung ist die gleiche. Ich kann hier im Hauptmenü mit dem Steuerkreuz die Sachen auswählen. Nach oben rüste ich sie aus. Und dann sehe ich sie auch hier unter mir. Und das funktioniert echt super. Sogar der Bogen für eine Mod, muss man sagen, ist das super gemacht. Ihr seht, dass dieser Mauszeiger hier an meinen Blick gebunden ist. Ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen wie bei Resident Evil 7 in VR auf der PSVR, falls ihr es gespielt habt. Dahin, wo ich gucke, schieße ich auch mit dem Bogen. Passt auf. So, ich spann den Bogen, gucke nach links. Zack. Und das ist echt cool gemacht. Also damit ist das Zielen auch leichter als mit dem Controller. Also Maus ist natürlich auch präzise, aber mit dem Controller muss man dann schon gucken. Nach oben und unten könnt ihr euch nicht bewegen mit dem Blick. Das ist aber häufig so bei VR-Spielen. Das macht ihr dann lieber mit dem Kopf. So, und abgesehen davon, funktioniert hier alles wie es soll. Ich kann springen und ich kann mich, ich kann rennen. Und nur mal Schild und Schwert. Ich kann das Schild vor mir halten. Ich kann schlagen. Das ist echt super gemacht. Und auch total stabil. Also vor dem Patch 0.2.0 war das Ganze immer so ein bisschen off. Also mal war der Charakter irgendwie deplatziert und man musste dann rekalibrieren und so. Aber ich laufe hier so ein bisschen rum. Und das funktioniert super. Gucken wir nochmal ein paar andere Waffen. Hier ist der Speer. Zack, zack. Ausdauer ist low. Da muss man gucken. Immer wenn man sich bewegt, dann geht das Interface dahin, wohin man guckt. Und wenn man sich dann wieder weg bewegt, muss man teilweise nochmal darauf achten, wo das UI ist. Weil es eben nicht sofort, erst wenn es außerhalb des Blickes ist, sich verstellt. So, da kommen schon die Gegner. Der Char ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht genug. Da hasst es. Also ich habe es eine Weile in Flat gespielt. Deswegen habe ich schon einiges an Ausrüstung. Wir können ja mal gucken, wie das Bauen funktioniert. Ich habe es jetzt natürlich nicht mit dem Controller gespielt. Okay, wofür? Ah, okay. Jetzt kann man... Interessant. Jetzt kann man auch nach oben und nach unten diesen Hammer-Modus hier benutzen. Dann könnt ihr die Sachen angucken und dann trotzdem weiter oben Sachen hinbauen. Okay, da muss man sich natürlich umgewöhnen. Aber ey, der Modder hat sich echt was dabei gedacht. Wie baue ich jetzt hier? Bildmenü A. Und dann kann ich hier zum Beispiel hier so eine Feuerstelle und dann kann ich hier hoch und runter drücken und das Ding weg tun und zu mir packen. Ein Blick... Ne, der Blick ist dann doch... Also der Baum-Modus funktioniert doch so ein bisschen wie ein Mauszeiger. Also nicht blickorientiert. Also das ist interessant. Also das mit dem Bogen funktioniert blickorientiert und das Bauen dann eben nicht. Der Modder hat da echt viele Facetten des Spiels mit einbezogen. So kann ich das jetzt... Ah, okay, ich kann hier nicht bauen. Hier ist dieser Anfangsbereich. Dann rennen wir mal raus. Bauen wir mal hier auf diesem Berg hier diese Futterstelle. Ja, cool. So. Remove. Jetzt weiß ich nicht, wie mache ich das Menü wieder weg. Oh, jetzt habe ich irgendeine Fähigkeit aktiviert. Wie gesagt, ich bin nicht gewohnt mit dem Controller zu spielen. Wenn man sich das vorher so ein bisschen angeeignet hat, dann sollte das ganz gut funktionieren. So, wir gucken mal, wie es aussieht, wenn ich einen Baum fälle. Hoffentlich macht er mich nicht platt. Oh, oh. Okay. Ja, wenn sich der Charakter natürlich sehr stark bewegt, dann seht ihr den hier vor euch ohne Kopf. Aber ich denke mal, wenn der Entwickler tatsächlich es schafft, Motion Controls zu etablieren, dann wird der Körper hier komplett wegfallen. Dann sieht man die Hände und dann kann man so spielen. Als nächstes möchte der Modder erstmal dafür sorgen, dass man die Motion Controls als Steuerung nimmt, also dass man kein Gamepad braucht. Es wird dann noch keine Motion Controls geben, also dass du Sachen grabben kannst und so weiter oder ausholen. Aber ich bin zuversichtlich, dass der Modder da einiges aus dem Spiel rausholen kann. Und rein vom Gefühl her fühlt sich das fast schon an wie eine VR-native Implementierung. Also kein Vergleich zu irgendeinem Warp-Ex-Scheiß. Das ist wirklich gutes VR. Super stereoskopische 3D. Man sieht die ganzen Tiefen. Ich kann vor und zurück und mein Charakter, also es fühlt sich nicht komisch an, wie in manchen VR-Mods, dass man den Kopf gar nicht irgendwie frei bewegen kann. Ja, soviel zu Wahlheim VR. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Tutorial anfangen und probiert es aus. Wie gesagt, dadurch, dass es eine Mod ist, könnt ihr das auch mit anderen Menschen spielen, die keinen VR haben. Sowas finde ich ja immer ganz cool. Und zur Framerate, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt aussieht, ob das ruckelt. In-Game ist das absolut flüssig. Mein Rechner powerrt zwar, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Der ist super laut. Das schluckt natürlich ordentlich was an Leistung. Müsst ihr gucken, ob das geht. Auch wenn die Grafik von dem Spiel jetzt nicht so besonders aussieht, schluckt die schon einiges an Leistung. Das sieht schon schön aus. Wow. Okay. Das wär's von mir. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, ob es geklappt hat. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, ich versuche die zu beantworten. Und lasst ein Abo da, wenn ihr weiter und mehr von mir sehen wollt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.